so weiter geht's ich will jetzt auch noch mal den ganzen song spielen warte mal ja, es kann man die du, es kann man die da ich bin jetzt aber hier in Tone 1 ok, es bringt nichts grün, ah, aber ups, ja, das Meer dröhn, 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 dröhn dröhn ich merke schon, ich werde hier stundenlang festsitzen was ist denn das bloß für Schalter, was soll das bloß ich glaube, jetzt habe ich die Orgel eben ausgeschaltet hmm ok, jetzt höre ich irgendwie gar nichts, also die Orgel spielt, ne? ok, jetzt ist die, ok, der rote Schalter ist die Orgel was macht der denn? oh ooooo j j j dies, ich diss dich jetzt die ganze Zeit wie dies bin stecken geblieben ich habe keine ahnung dröhnen da spielen wir doch noch mal die gitarre nach fängt an mit danach kommt das d danach kommt das noch kommt das das dröhnt wieder aufhören das ist ja grau und schalt das ab das war lustig und das ist das g g ist ok ich glaube er findet aber nur den hasen und zeichnen geile das spiel deswegen gemacht das bringt nichts also irgendwas mache ich falsch was ist das hier kassetten da kann ich irgendwas noch machen benutzt noch mal das ding steckt in einer die von diesem ach du schreck augen musik nehmen klappe nichts drin außer luftschächten das ist kein walkman und kannst du draußen meinen stecken geh zur stühle nimm einen stuhl ach nein wenn ich irgendetwas sehe das ich zusatz bestuhlen möchte dann weiß ich ja jetzt wo ich die stühle finde ok und ich hasse musikräfte wie diese glock nimm rückkopplung eine mit sternchen Das nervt. Das nervt, es kostet mich so viel Zeit. Und euch. Ich sehe keinen Unterschied. Oh Gott, das ist so ätzend. Oh Gott, das ist so ätzend. Ist das der Kopfhörer oben gelandet? Warte mal, jetzt müssen wir... Rückkopplung. Moment, wo war der Song? Wo ging der denn los? Aha. Dann kommt D. Dann kommt E. Ah, ich habe, wie gesagt, den Screenshot immer noch links neben mir, deswegen weiß ich das alles so gut. Und dann kommt G. Und dann müsste wieder noch eine Kopplung kommen. Hey, das rockt. Oh, die linke Taste für die linke Horn. Oder wie auf einmal in die Zylinder heißt das Ding, glaube ich. Hätte ich das gleich genug, wäre der Koffer gleich hochgeflogen. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab! Das war lustig. Hm, warte, die Dinger... Ist jetzt... Nichts weiter passiert. Ah! Will ich ihn jetzt schubsen? Mach ja keine Dummheiten. Ah! Wenn wir jetzt echt zum Mörderin... Das ist ja... Oh, doch mal mal Glacke spielen hier, nicht? Und die Rache des Pastors! Was war das für ein Schrei? Ähm... Könnte sein, dass der jemand runtergefallen ist. Wie der da einfach hängt mit blauen Händen jetzt. Boah, ich glaube, der ist batsch. Oh nein. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey! Sag doch was! Oh mein Gott. Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade... Als hätte ich... Was? Was ist? Was ist? Ernsthaft? Erinnerst du dich an etwas? Ach nichts. Wir... Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Okay, wir können nichts machen. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern, aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Toll. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen reinzukommen. Du bist noch viel größer geworden. Dann holen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Okay. Endspurt. So. Benutze Generalschlüssel mit Tür. Hm. Der passt hier nicht. Wieso sollte... Das war ja auch zu einfach. Hm. Zu. Zu. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Okay. Alle deuten auf ihn selbst. Okay. Auf den da oben. Hm. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Au. Soll sie kaputt hauen. Hm. Aber in welchem... Der hier war's nicht. Toll. Nächster. Die haben's sehr gemacht. Hm. Der hier war's nicht. Ich glaube, das ist der letzte gleich, der hier nicht mit dem Schlüssel ist. Hm. Der hier war's nicht. Gut. Da kann's ja nur der eine sein. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Django. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Ja, ich kenn das Gefühl. So, ich denke mal, ich werde jetzt speichern und dann gucken wir mal, dass wir die letzte Folge in einem Stück aufnehmen. Und das kann ich eigentlich auch hier machen, so speichern. Ja, während der Speichern mache ich einen Schnitt.